Was, nochmals klatschen? Was wollte ich sagen? Mein Name ist Gunnelia Thuma, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und zwei deutsche Schäferhunde. Bei der BSF in der Schweiz bin ich in einem Unternehmen zur Kommunikation tätig. Vor 28 Jahren habe ich meinen Weg im Unternehmen mit einer Ausbildung als Chemieloperantin gestartet. In der Zwischenzeit durfte ich verschiedenste Positionen einnehmen, in der USA, aber auch an verschiedenen Standorten in der Schweiz. Mir ist wichtig, mich weiterzuentwickeln und immer Neues dazuzulernen. Als letztes meinen Masterstudiengang in Unternehmenskommunikation. Dabei hat mich die BSF immer unterstützt. So kann ich professionell und mit fundiertem Fachwissen die aktuellen Herausforderungen angehen. Familie, Berufe und Hobbys unter einen Hut zu kriegen, durch Organisations-A und O. Flexibilität, ob privat oder im Beruf, sind die Voraussetzungen dazu. Die BSF kommt mir mit Teilzeit, flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice entgegen. So kann ich mit Spass die hohen Anforderungen, die ich an mich selbst habe, erfüllen und Projekte erfolgreich umsetzen. BRSF. We create chemistry. BRSF. 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 BRSF.